Ich weiß, dass es die Götter des Olymp wirklich gibt. Und manchmal haben sie Kinder mit Menschen, die man Halbblut nennt. Im Großen und Ganzen sind wir wie alle anderen. Bis auf den einen oder anderen Unterschied. Wir leben an dem einzigen Ort, der uns Schutz bietet. Bis jetzt. Was ist das? Geh hinein. Zum Orakel. Percy. Groß. Er war so bösartig, dass drei seiner Söhne, Zeus, Hades und Poseidon, ihn vernichteten. Sein Schicksal ist es, aufzuerstehen und Rache zu nehmen am Olymp und an der Welt. Das Einzige, das unser Zuhause retten kann, ist das Goldene Fleece. Es befindet sich im Meer der Monster. Die Menschen nennen es Bermuda-Dreieck. Für diese Aufgabe brauchen wir unseren größten Helden, den Besten von uns, die Tochter des Kriegsgottes, Clarice. Mach dir nichts draus, dass du immer nur Zweiter bist, Jackson. Die haben alle ein falsches Bild von dir, Clarice. Du hast ja doch Sinn für Humor. Das ist keine gute Idee. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Du wolltest sagen, du willst das Fleece suchen. Eigentlich wollte er sagen, wir wollen es suchen. Die Kutsche der Verdammnis. Sieht aus wie ein New Yorker Taxi. Und fährt sich auch so. Passend. Zahlen. Das war abgefahren. Wir werden Kronos wieder erwecken. Und die Olympia werden sterben. Percy! Wir brauchen deine Hilfe und wir haben nicht viel Zeit. Dreh die Kappe ab und du befreist die Winde der Vier-Himmels-Richtung. Oh nein, nicht hier drin! Doch nicht hier drin! Wir finden das Fleece! Wir müssen jetzt echt los. Sag mir, dass das keine Haie sind. Das sind keine Haie. Die Haie-Nerdzei Die Haie sind unter